DW Deutschlernen mit Nachrichten Dienstag, 9. Januar 2024, 9 Uhr in Deutschland. Trauer um Ausnahmefußballer Franz Beckenbauer Vertreter aus Politik und Sport haben nach dem Tod von Franz Beckenbauer die Lebensleistung der deutschen Fußball-Legende gewürdigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte, wohl niemand habe den deutschen Fußball so stark geprägt wie Beckenbauer. Bundeskanzler Scholz schrieb auf der Plattform ex, Beckenbauer sei für viele der Kaiser gewesen, auch weil er über Generationen für den deutschen Fußball begeistert habe. Der Präsident des Weltfußballverbandes FIFA, Gianni Infantino, bezeichnete Beckenbauer auf Instagram als großartigen Menschen, Freund des Fußballs und eine wahre Legende. Beckenbauer war am Sonntag, im Alter von 78 Jahren, gestorben. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ihre mehrtägige Nahostreise in Ägypten fortgesetzt. In der Hauptstadt Kairo traf die grünen Politikerin zunächst mit Außenminister Samech Schokri zusammen. Bei der Unterredung dürfte es vor allem um die Lage der Palästinenser im Gazastreifen und mögliche Wege hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung nach dem Ende des Israel-Hamas-Krieges gehen. Ägypten sieht sich in dem Konflikt in einer Vermittlerrolle. In den vergangenen Tagen hatte Baerbock in Israel und im palästinensischen Westjordanland Station gemacht. Am Dienstagabend reist sie weiter in den Libanon. Habeck beginnt Nahostreise im Oman Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besucht an diesem Dienstag den Golfstaat Oman. In der Hauptstadt Maskat will der grünen Politiker Gespräche zu den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen führen. Dabei soll es vor allem um das Thema Wasserstoff gehen. Der Vizekanzler will auch mit Staatsoberhaupt Sultan Haitham Bintarik zusammenkommen und die German University of Technology in Maskat besuchen. Dabei handelt es sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums um die erste und bislang einzige deutsche Hochschule auf der arabischen Halbinsel. Habeck ist noch bis Donnerstag im Nahen Osten unterwegs. Weitere Stationen seiner Reise sind Saudi-Arabien, Israel und das Westjordanland. Französische Regierungschefin Born zurückgetreten Nach tagelangen Spekulationen über eine Regierungsumbildung in Frankreich hat Premierministerin Elisabeth Born ihren Rücktritt eingereicht. Wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte, nahm Staatspräsident Emmanuel Macron das Gesuch an und dankte Born für ihre Arbeit. Macron will an diesem Dienstag einen Nachfolger ernennen und vermutlich auch weitere Kabinettsmitglieder austauschen. Als neuer Premierminister sind mehrere Minister der aktuellen Regierung im Gespräch. Born war die zweite Frau an der Spitze der französischen Regierung. Sie hatte ihr Amt im Mai 2022 angetreten. Lage für queere Menschen in Afrika hat sich laut Amnesty verschlechtert. Die Situation von Angehörigen der LGBTQI-Plus-Gemeinschaft ist nach Darstellung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International im vergangenen Jahr in mehreren Ländern Afrikas deutlich schlechter geworden. Dazu hätten insbesondere diskriminierende Gesetze beigetragen, die Hass gegen die Betroffenen schürten, heißt es in einem Bericht der Organisation, für den die Lage in zwölf afrikanischen Ländern analysiert wurde. Unter den Bezeichnungen LGBTQI-Plus oder Queer werden Homosexuelle, Bisexuelle, Transsexuelle und intergeschlechtliche Menschen sowie weitere sexuelle Identitäten zusammengefasst. Gericht weist Eilantrag gegen Lokführerstreik ab. Die Deutsche Bahn ist mit ihrem Versuch, den von der Gewerkschaft der Lokomotivführer GDL angekündigten Streik mit juristischen Mitteln zu verhindern, vorerst gescheitert. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main wies einen Eilantrag des Unternehmens auf eine einstweilige Verfügung gegen den Ausstand ab. Die Bahn kündigte an, in Berufung zu gehen und das Urteil in der zweiten Instanz vom hessischen Landesarbeitsgericht überprüfen zu lassen. Die GDL will den Bahnverkehr in Deutschland von Mittwoch bis Freitag lahmlegen. Zentrale Forderung der Gewerkschaft sind kürzere Arbeitszeiten im Schichtdienst bei vollem Lohnausgleich. Soweit die Meldungen vom 9.1.2024.